Das ist ein G oder ein B? E C Bertha Der ist Oceanic mit Oh ja der hat einen Blick von 26 allein Der hat ungefähr 300 G-Or Oder ist das C3? C3 ne? Also Das explains den AP Lauf Und die Führer Boah was Klaffe mit dem Ding Sack das mal mir mit den Laserwaffen Laser trifft man leichter Laser musst du grob in die Richtung halten Jedenfalls vom Strahl kommt immer an Hehehe Also bei mir läuft das flüssig bisher Na dann Los 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 Hau mal schnell Drück zweimal hintereinander schnell die Zoom-Tasse Da merkst du den Delay Da Waaah Sehr gut ich hab schon mal nichts getroffen Oh da kommen Raketen Ich muss rüber Wo sind sie? Ran 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 Ritter Stehen die da drüben? Ich geb euch ne ECM Bubble Wir pushen Delta 3 Vorwärts Attacke Über die Ridge Los geht's Unruhe Delta ist King Crab Ich halte die linke Funkke frei Der Klapp 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 bei mir bist du alleine nee geht doch noch oder so highliner neun acht event ist das ok los pushen weiter 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 charlie 4 alle rein in charlie 4 muss so naja ich hatte gerade hervorragend sehr gut läuft doch so über wo hier ist noch was beta in raven über beta 4 richtung beta 3 nate macht alles platt was ihr findet ich halte hier die stellung um sie ein bisschen aufzuhalten also das lief ja gerade perfekt sehr gut das eu wie einfach drauf einfach durch einfach durch mir zielt charlie sanderbolt nächster ist hector marauder marauder salbiert sehr gut er sind nur zwei übrig tötet was ihr findet naja well played liebes team ich hab zwar nichts gerissen, aber ich konnte diesen vormarsch aufhalten, ist auch was! ha! 5 kills! ganz ehrlich, ich hab dich mal gesehen, wo ich hie geschossen hab, das hat so geleckt! 3900 xp, okay! nett! ich hab mal Sollen wir dann auf Kappa gehen, oder wie? Mhm, aber die sind wahrscheinlich sehr viele bei Kappa Ja, dann müssen wir irgendwo andersher suchen, C3 wird schwer Kommt dann mal die Lanze von D5 zurück, die kommen jetzt zu euch zu C4, die kommen zu C4 Dann gehen wir hinten rum um B3, B4, oder? So, Dora kommt in unsere Richtung, die alle in... was ist das? D5 stehen? Okay, dann Weta 3, Kontakt in Jena Ich decke C4 oh, viele, 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 viele... Ah, wir verlieren viele, 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 viele... Sehr schön, wo sind viele, 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 viele... Ich bin Falter, Richtung B3, B4 ok ich gebe wie viel tief ist kaum der rest wagen dann langsam rüber zum rest unserer gruppe richtung was war das die fünf ok alle die richtung die in der nähe von kappa sind geht auf wieder als ein katapult wir gehen einfach alle in die mitte kommen zu cover kommt zu cover egal das sind viele ok alle körper hier kommt gleich eine krepp zu cover juliet hübscher kam auch der typ der hatte ich rappe den seitentauser auf flüchte der wahrscheinlich eine xl hinterher lightmax schuldiger ist rein im zell aber egal gut ausschie so weiter auf die krepp erst mal wieder orientieren stellt euch halbwegs adäquat auf und nimmt erstmal aufs korn was kommt auf den krepp kommt das hat das auch von hinten sorry lima go 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 lima lima sehr gut als nächstes was hat er noch stehen oder lieber oder ist noch viel mehr geht aber nicht nicht dahin pushen bleib dahin nicht darin laufen nicht der krepp nicht der krepp folgen da steht nämlich mindestens noch eine lanze dahinter die krepp ist fast durch krepp ist durch stellt euch da erstmal auf und versucht die position zu halten im moment kriegen wir auf jeden fall den captain und sie kommen langsam immer wieder rein und biegen alles was piekt muss zu zersäppelt werden also auf zeta dann alle oder wie die krepp nee da wo ihr steht bleiben und sie hat ja schon in bewegung gesetzt ct ist jetzt offen gustav war dran schuld killt die ja jo ich bin an der seite offen was nicht zu gut für mich ist reichen äh runter droppen oder oben bleiben ok bleibt oben es ist immer schwerer hoch zu kommen als ohne so die kommen gleich alle hoch auf D3 D4 kommen die gleich alle also dann äh runter oder oder oben bleiben oben bleiben wir liegen vorne ok oben bleiben die liegen vorne mit punkten und mit kills Sulfo rauf auf den Ebonjack den schnappen wir uns ja kill den der ist hinten durch und wieder weg lauf 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 und wieder weg lauf 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 julus du teleportierst dich hier ja kann sein ja kann sein ich darf ganz nicht irgendwo hin auf den hellslinger C wenn ihr weiter vorne seid der müsste X-Alarm oh scheiße ich hab ganz ehrlich sein hessiges Cockpit-Shake leben denn noch vier Gegner ja sammelt euch kurz und pusht dann Gamma hier stehen da alle bei Gamma scheiße pushen attacke los macht sie platt drei stück hier doch oh scheiße oh wer geht denn Oh fuck, macht den Tod. Wie witz der Kommando. Das ist ja schnucklig. Das ist wohl cool. Na ja, das war die letzte Runde. Gut gemacht. Schön gespielt. Das sehe ich doch gut. Wir hätten sogar noch mit Capitals gewonnen. Krass. 68.000 Schaden, das liegt wirklich gut. 371.000 eingenommen. Gefühlt habe ich gedacht, habe ich nur 200 Schaden, aber... Wie viel sind es denn? 474. 46 Schaden.